Kerstin sagt doch mal, so ab neun Monate kann man noch sein Kind auf dem Rücken tragen. Kann man da Kumier auch einsetzen? Ja, kann man auch. Wenn man zwei Stunden investiert und seine eigene Jacke zur Rückentragerjacke umrüstet, dafür haben wir einen fertigen Bausatz, den du einfach kaufen kannst in unserem Shop, mit den Schnittteilen vorbereitet, mit Nahtlinien und Markierungen, alles was du brauchst und auch einen Einnähtadapter ist dabei und natürlich die Anleitung. Und damit kannst du deine eigene Jacke dann hinten öffnen und so vorbereiten, dass du Kumier hier an dem eingenähten Reißverschluss dann einsetzen kannst. Dafür haben wir auch einen Einnähtservice und du kannst es auch komplett selber machen. Du kannst hier nämlich unsere Anleitung gratis runterladen auf der Produktseite und dann alles in Eigenregie machen. Das ist ja toll. Dankeschön. Bitteschön. 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 Vielen Dank.